Hier spricht der Kapitän. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus oder wir kommen an Bord. Sie besetzen diese Türme illikal. Hört man eines Morgens laut von einem Boot der britischen Marine aus über die Plattform schallen. Verpisst euch, wir sind müde, wir haben die halbe Nacht lang versucht, einen Generator zu reparieren. Ertönt schwammt die Antwort. Und, wenn ihr versucht, die Leitern hochzukommen, schütten wir unser Pommesfett über euch aus. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung.